Hallo, wir fahren gleich los nach Bremen 2015, der RIMA Cup. Da spielen wir gegen MT Melzungen im Halbfinale. Im Halbfinale, wenn man sagt das, dann denke ich an Reve van der Vo, wenn ich das letzte Tor gemacht habe gegen Rhein-Neckar Löwen. Ein ungeschriebenes Gefühl, Superweils. Was war euer Gefühl? Schreibt bitte auf hier und den besten Kommentar gewinnt mein Trikot. Viel Glück! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.